Hallo Beschwerer! Und hier sind wir wieder mit einer neuen Kollaboration und zu einigen Monstern. Heute fokussieren wir uns auf AV, ein Lichtsupport, der das Faustdick hinter den Ohren hat und den absolut jeder Spieler im Playthrough freischalten wird. Kurz zu ihrem Skillset. Wir haben hier einmal ziemlich viele Debuffs auf Skill 2 und einmal einen guten Buff plus Heilung auf Skill 3. Und hier kommt noch das Wichtige. Benutzt du AV in einem Bosskampf, zündet ihre Passiv automatisch ihren Skill 3 ohne Mana bzw. Cooldown zu gebrauchen. In anderen Worten, auch wenn sie in der Arena halbwegs gut sein kann, empfehle ich dir auf alle Fälle sie eher im PvE einzusetzen, denn dort wird sie wirklich glänzen. Nachdem ihre Passiv sowieso heilt, empfehle ich dir, pack sie in den Soul Link und spam Skill 2 damit. Hast du nämlich genug Debuffs auf dem Boss, benötigst du logischerweise auch wesentlich weniger Heilung. Und so konnte ich bereits beim ersten Versuch den neuen Schwierigkeitsgrad der Tränendrüsenhöhle auseinandernehmen. Also in anderen Worten, ein besseres Timing für diesen Support gibt es wirklich nicht. Also gerade für Midgame-Spieler wird C ordentlich stark helfen, wenn es darum geht, deine 5-Stern-Runen auf 6-Stern-Runen aufzurüsten. Und wenn wir gerade bei Runen sind, kannst du bei AV eigentlich relativ frei entscheiden. Nachdem sie meistens in der Backline sein wird, erhält sie nicht allzu viel Schaden. Hast du vor, sie ähnlich wie ich zu benutzen, dann pack auf alle Fälle ordentlich viel Accuracy auf sie drauf und guck danach auf eher balancierte Stats. Ja, also ich hoffe, diese kleine Guide zu AV hat dir hier weitergeholfen. Und ich empfehle wirklich einem Großteil unserer Community, sie zu bauen und auch wirklich ihn zu dem ein oder anderen Bosskampf auszuprobieren. Du kannst auf alle Fälle auch noch ein Abonnement dalassen. Und ja, bis in unserem nächsten Video. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020